Hallo? Hallo. Hi. Ähm, wir brauchen einen Millman. Mhm. Jo. Jo, worum geht's? Wo meins? Äh, um einen Spawner. Um einen Spawner? Jo. Ja, ja. Sollen wir mal kurz mit den Taschen leer? Äh, sollen wir Citable 1 gucken? Ja, Citable 1. Warte mal ganz kurz, ich mach dich mal ganz kurz laut schärme abstecken. Lol, ich hab dich schon auf voller Lautstärke. Du redest ziemlich leise. Ja, äh. Du hast mich schon auf voller Lautstärke auf TS, hä? Ja. Plus 20 Dezibel. Ja. Vielleicht muss ich dann einfach ein bisschen energischer und lauter reden. Ich weiß, verstehst du mich dann besser. Slash PH RALD. Oh, liebe. Hallo. Äh. Was müssen wir dir denn davon geben? 10% Provision. Ich weiß nicht, wie man damit reißen wird. Einfach eine Kommastelle verschieben. Ähm, wie viel geht's denn? Äh, 31. 31k. 31, dann 3100. Also 100 kriegst du dann? Äh, 3100. 3100. Bei 31k, du musst die Kommastelle um eins verschieben, hast du 3100. Das sind dann 10. Wer muss die 3000 dann zahlen? Das, äh, müsst ihr unter euch ausmachen. Ich hab halt 0,03 Money. Ja, okay, dann muss ich. Na, du hast den Spawner, Leeroy. Hä? Ne, wer hat jetzt Geld? Ich hab den Spawner. Einfach nicht. Du hast den Spawner. So, äh, ich kann ja, ich kann ja sozusagen, ähm, die Provision vom Kaufpreis abziehen. Ähm, macht ihr dann, wie macht ihr das halbe halbe, oder wie? Ich hab halt kein Money, so, das ist, ich hab 0,03 Money. Du bekommst ja Money, du hast ja den Spawner. Ja. Das heißt, die Provision zieh ich einfach von dem Geld, das du bekommen würdest, ab. Die Hälfte davon. Also, ähm, ich würde dann 1550 würde ich dann abziehen. Du würdest dann 29.950 bekommen. Ja, okay. Äh, ne. Äh, 29.450. So. Okay. Okay, dann... So. Äh, wo bist du? Ja? Wir sind auf deinem ersten GS. Viertes GS. Oh. Ihr wollt euch beim Hotel einmieten, ne? Ja. Hallö. So. Also, okay, ich stehe jetzt bei der Rätselung. So, einfach nur Twix. Kannst du mir was zu essen geben? Ich hab nichts mehr. Secher. Auch. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Dann überweis mal, ähm, 32.550. Äh, einfach nur Twix, oder? Genau. Äh. Einfach nur Twix. Äh. 31.000 was? 32.550. Ach so. Okay. 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 Guti. Dann. So, PS. Du bist der Leeroy. Ja. Hast du mit der angefangen, ne? Ja, genau. Der Leeroy. So. Geh mal aus dem Weg, Jan. Dann legen wir den Spawner da rein. Genau. So, ich hab den Spawner. Karotten sind gesund. Lecker schmecker. Ach. Slash. E. Slash. Leeroy. Ähm. 29.450. So. Ye. Ich hab den Manni. Karotten. Und noch nicht. Slash. Karotten. Slash. 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 Okay, dankeschön. Das ist die Karotten. Danke auch. Danke auch. Lecker. Haha. Wie?